Hallo, guten Tag, hallo Thomas, hallo Jakob, ich sehe euch da, in euren kleinen Schrumpfköpfen da auf meinem Monitor. Ganz in der Ecke sitzt ihr wie die Mainz-Männchen und winkt und quatscht und grinst da in euch hinein und ich bin hier woanders, bin schnell weg, bin schnell abgehauen und bin jetzt weg und spann ein paar Tage aus. Ich habe das ganz am Anfang von Baywatch Berlin schon mal erzählt und ich bin jetzt hier praktisch mein erster Testgast. Es gab doch damals zu Corona-Zeiten, ob ihr euch erinnert, als das gerade losging, haben die so Testurlauber nach Mallorca geschickt, haben die geguckt, wie gut kann man praktisch während ein tödliches Virus zirkuliert trotzdem am Ballermann Urlaub machen. Jetzt im Nachhinein eine total tolle Idee, einfach zu sagen, wir schicken einfach mal so ein paar tausend Leute dahin und die sollen dann mal so alles ausprobieren, sollen sich Mallorca-mäßig benehmen, sich komplett im Bierkönig oder sonst wo da den Kopf abschrauben und dann mal schauen, ob die Corona kriegen und wenn ja, was passiert dann? Ist das auch so ähnlich wie bei der Eröffnung vom Brandenburger Flughafen? Da haben die nämlich auch so einen Testdurchlauf gemacht, haben gemerkt, da funktioniert nix, also haben sie es eröffnet. Das ist, genau, darüber haben wir auch mal gesprochen, stimmt, aber die waren immerhin, also haben es dann schon mal ans Mittelmeer geschafft. Das andere in Brandenburg war ja ganz tragisch, weil sie damit, weil die praktisch vom Urlaub nur die Scheiße erleben, nämlich mit ihrem Koffer da in der Halle stehen. Also das, was man eigentlich möglichst schnell vergessen will, sobald man dann da ist. Aber ich mache das jetzt auch. Ich bin nämlich mein eigener erster Testurlauber. Ganz am Anfang von Baywatch Berlin habe ich das erzählt, dass ich so ein Projekt plane und das ist jetzt soweit. Ich habe da nicht viel drüber verloren, weil ich über ungelegte Eier, über unaufgeschüttete Inseln rede ich nicht gerne. Aber jetzt ist soweit. Ich habe Vangeroog aufgeschüttet im Arabischen Meer und ich bin jetzt gerade an Langeoog bei. Das sehe ich von hier praktisch. Ach, du machst jetzt alle Halligen? Ich mache alle. Ich mache die Nord- und die Ostfriesischen Inseln. Ach so, ich dachte, du machst immer nur Vangeroog. Nee, Vangeroog ist jetzt komplett fertig. Und wirst du auch Sylt bauen? Sylt werde ich auch bauen. Das ist natürlich so ein Projekt, da will ich so ein bisschen, also jetzt, das sind ehrlich gesagt, also sowas wie Baltrum, Borkum und so, das sind eher so. Lässe weg, ne? Nee, das lasse ich nicht weg, aber das sind so Fingerübungen. Da können die Arbeiter... Ja, das ist Sylt weg, sonst hast du dir den Beisenherz eingefangen da auf deinen Urlaub. Ja, naja, mal sehen. Also vielleicht so der Beisenherz hier aus der Region dann vielleicht. Ach so. Das heißt, ich werde dann da alles aufschütten und Sylt und Kampen und so, das mache ich natürlich erst, wenn ich ein bisschen weiß, wie das funktioniert und dann mache ich aber auch komplett Deutschland im Maßstab 1 zu 80. Das heißt, man braucht dann so ungefähr, also mit dem Fahrrad kann man an einem Tag von Kiel nach München fahren. Ach, das ist ja toll. Das ist eine gute Idee, ne? Und dürfen da Autos fahren? Ja, klar. Aber auch so kleine. Im Maßstab 1 zu 8. Also das heißt, aber du baust auch die Hässlichen. Genau, ich baue alles. Ich baue auch Duisburg, genau. Sogar Duisburg. Ja, du kennst auch den alten Witz, dass Leute aus der ehemaligen DDR durch Duisburg laufen und sagen, guck mal, so haben wir früher gewohnt. So, dass man das so miterleben kann. Das ist natürlich alles Quatsch. Ich habe natürlich nur Quatsch gemacht. Das gibt es alles gar nicht. Ich habe überhaupt gar keine Inseln aufgeschüttet. Das ist alles nur Quatsch. Mich hat ja wirklich Benni mal gefragt, ob ich wirklich eine eigene Insel aufgeschüttet hätte und ob wir da mal drehen können. Wahnsinn. Nach einem langen Wochenende hat er mich das mal gefragt. Das ist alles Quatsch. Ich bin in Ungarn auf dem Psytrance Festival. Ich bin mit dem Zelt hierher. Aha. Und da hängen wir jetzt alle rum. Es ist ganz toll hier. Und ja, ich soll euch auch schön grüßen von allen. Ich habe hier super viele Leute schon kennengelernt. War da auch die Hochzeit von Pietro? Hier auf dem Psytrance? Nein. Also hier waren viele Hochzeiten so im übertragenen Sinne. In den Zelten wird also viel geheiratet, wenn man da so abends entlang schreitet. Aber nee, heute Morgen haben wir Bäume angemalt, Klamotten getauscht. Ich habe so Tigerkontaktlinsen drin. Könnt ihr das sehen? Guck mal, wenn ich ganz nah an die Kamera komme. Ich habe nur so Schlitze. Findest du gut? Ja. Was läuft da für Musik? Ja, so Psytrance und so Zeugs. Was ist das denn? Da haben wir gar nichts. Ja, so Trance, so ein bisschen flächige elektronische Musik. Wo man so ein bisschen so hineinwabern kann mit seinem eigenen Gefühl. Man kann sich praktisch so in die Musik hineinweben. Und da bist du jetzt, ja? Ja, ich habe mir so Glitzer, ich habe es wie auf dem Coachella gemacht, das habe ich gesehen bei Riccardo Simonetti. Der hat sich den Bart so rosa gemacht. Habe ich auch jetzt. Hat er sich da auch eingeschissen? Nee, aber hier hat sich heute auch einer eingeschissen. Aber das war jetzt gar nicht so ein Riesen-Event hier. Das wird einfach übersehen. Aber ich habe ein Henner-Tattoo auf beiden Händen. Schick. Toll. Frag doch mal, wie es uns geht. Ja, wie geht es euch denn eigentlich? Scheiße. Warum geht es dir scheiße, Schmitty? Ach dir, die Arbeit hat uns wieder voll im Griff. Du darfst nicht so von uns sprechen, du musst von dir sprechen. Weil ich bin eigentlich noch super gut drauf. Weil ich komme ja aus dem Urlaub. Ja, keine Ahnung. Also ich habe den Fehler gemacht, ich bin an Ostern nicht wirklich weggefahren. Das will ich meinen. Das ist ein Riesenfehler und dann sieht man halt überall, der ist in Paris. Der Kopenhagen-Trip. Das hier mal kurz nach Ibiza. Hier, da, dies, das. Und dann kriegt man so schlechte Laune beim Elven Ring spielen, dass man halt wirklich, da muss man kurz in den Garten gehen. Also wenn ich mich praktisch zu Hause auch so fühlen will wie hier, da zünde ich mir einfach ein paar Patchouli-Stäbchen an. Auch gut. Und dann habe ich so ein bisschen Urlaubsgefühl. Dann ist das so wie hier eigentlich. Wollt ihr den neuesten Klatsch von Elven Ring hören? Oh, von Elven Ring, ja. Das wollen wir hören, ja. Ja, was gibt es da Neues? Haben wir noch einen Opener dafür? Jetzt geht's los! Schmittels Dörr-Klausel. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Also pass auf, da ist eine Riesenaufregung. Das ist jetzt wirklich spannend. Also Klaas, ich weiß, du willst entspannen in deinem Urlaub da, aber das treibt den das Adrenalin hoch. Es gibt nämlich eine neue Legende im Spielerhimmel. Und zwar gibt es einen absoluten Endboss bei Elven Ring. Die heißt, glaube ich, Melina. Für so einen lieblichen Namen. Ja, ganz lieblich. Und die kommt auch erst da so Elfen gleich daher, aber die haut einen Spieler nach dem anderen zu Klump. Also wirklich, auch die sehr guten Spieler beißen sich an der die Zähne aus. So richtig hart. Also die Welt schaut auf Melina, die Elven Ring Welt. Ja, absolut. Das ist das Gesprächsthema. Und jetzt, es gibt aber in Elven Ring, wenn man es online spielt, gibt es eine Möglichkeit, dass man sich einen Spieler dazu holen kann, der einem dann hilft, diesen Gegner zu besiegen. Vom Computer einen Spieler oder einen echten Menschen? Nee, einen echten Spieler aus der Online-Welt. Das heißt, Klaas könnte jetzt im Urlaub sich eine Playstation an der Rezeption ausleihen und dann selber dir mithelfen. Genau, wenn ich dann sage, ey, Klaas, ich kriege den da nicht klein, dann könnte ich dich rufen mit etwas Glück. Aber das ist, glaube ich, zufällig, wer da dir zugelost wird oder wer das dann gerade annimmt. Und dann kommt derjenige, kommt da aus dem Himmel geschossen und hilft dir dann, die Melina kaputt zu hauen. Und wir erst mal eine gute Idee finden. Erst mal eine gute Idee. Das ist auch super. Und jetzt gibt es aber einen. Das klingt alles so cool. Ich habe den Anfang nicht mitgekriegt. Ich dachte, die Melina kaputt hauen. Bei uns arbeitet doch eine Melina. Ich dachte, was ist denn los bei euch? Da ist man mal zwei Tage nicht da, nur wollt ihr Melina kaputt hauen? Nein. Mit mehreren Leuten? Nein, das ist eine böse Melina da. Also in dem Spiel. Ach so, im Spiel. Okay. So, und jetzt kommt der Punkt. Die ganze Gamer-Welt steht Kopf, weil es gibt einen Spieler oder eine Spielerin, die heißt Let Me Solo Her. So nennt er sich. Und der kommt da an und hat keine Ritterrüstung, nichts. Der hat nur eine Unabuchs und hat auf dem Kopf, hat er einen Topf, einen Suppentopf als Helm und hat zwei Schwerter und ist so Level 1 so gefühlt. Also wirklich, hat gar keine Ausrüstung. Und der kommt da hin und kloppt Melina, ohne einen Treffer zu kassieren, zu Klump. Und das reihenweise. Nein. Und das ist jetzt so eine urbane Legende. Wer ist dieser Typ oder diese Typin? Ja, wer das ist? Ich weiß nicht, vielleicht hat man es auch in einem Reddit-Forum mittlerweile rausgefunden. Aber das ist der absolute Held, weil der leistet Unglaubliches. Könnte das auch klasse sein? Das ist der Michael Jordan von Elden Ring. Könnte das auch klasse sein? Nee. Warum nicht? Nee, also da musst du wirklich, da musst du ein Jahr nichts anderes gemacht haben, als nur versucht haben, diese Gegnerin kaputt zu klopfen. Es gibt so einen Comic, der heißt Captain Underpants. Könnte der das sein? Da fehlt das Suppentopf. Und da gibt es mittlerweile eine ganze Meme-Welt darum, um diesen Typen, der da in der Unterhose mit dem Suppentopf da Unmenschliches leistet in Elden Ring. Das war mein Ostern. Aber deine Dattel-Rubrik wird hier im Grunde jetzt direkt geht über in eine neue Rubrik, in ein Popkultur-Lexikon. Das heißt, wann immer Baywatch Berlin-Hörerinnen und Hörer jetzt im Internet Memes sehen, mit dem Suppentopf, Nucky Diamond Underbooks, dann wissen sie, das ist im Grunde, wie du sagst, der Michael Jordan von der Playstation. Was dann auch Spaß macht, ist so, es gibt dann auf YouTube Videos von diesem Kampf und darunter wird er halt wirklich, das macht er wirklich Spaß, der wird wirklich verehrt wie ein Gott. Also er wird nur angehimmelt darunter und gesagt, was der, also das sind die neuen Chuck Norris-Witze. Ist der Suppentopfmann. Ich sehe hier gerade ein Bild von dem, von dem Suppentopfmann. Ja. Der ist so ganz durchdringend, der hat so eine, so eine, so eine, ähm, enge. Ja, ganz schlank. Ganz, ganz schlank und so. Ganz schlank, ja. Jörg, genau, schlank, aber hat schon so Muskeln da, wo sie hingehören und hat so auch so eine, so eine Speedo praktisch eher, so eine Unterhose. Also so eine, jetzt keine, so eine, ähm. Was der Vater so getragen hat, ne? Was der, ja, aber wie er es trägt. Also, und ich finde, so muss man auch durchs Leben gehen. Also, weil, was den, glaube ich, so zur Legende macht, ist, dass nichts an ihm Coolness ausstrahlt. Also, der hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann man diesen Charakter möglichst beschissen aussehen lassen und wie so ein Hempfling und dann ist er aber der, 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 der größte Motherfucker in dem ganzen Spiel. Ist ja auch übrigens was, worüber wir ja auch viel nachdenken in unseren Berufen, Stichwort Fallhöhe, ne? Also, der hat ja genau diese Überlegung gemacht. Richtig. Was ist der größte Gegensatz zu jemandem, der normalerweise jemanden mit einem Handschlag umhaut, ne? Da würde man ja eigentlich an so einen Tyson Fury oder sowas denken. Richtig. Aber der kommt in der Unterbuchshelm auf den Kopf, los geht's. Und ich sag mal, 999 von 1000 Leuten hätten sich dann irgend so ein Berserker-Kostüm und die schwerste Waffe und die dicksten Muskeln. Wie der Kopfzerquetscher aus Game of Thrones, ne? Genau, du kannst dir den Charakter ja zusammenstellen, zusammenbauen. Wie sieht deiner eigentlich aus, Schmiti? Ganz langweiliger Ritter. Ein ganz langweiliger Ritter. Könntest du den nur online stellen, wie du aussiehst? Ja. Weil darüber würde ich mich gerne amüsieren. Wie Schmiti sein, dein alter Ego baut. Ja. Aber ist das nicht nett und offen von mir, dass ich jetzt gar nicht so tue? Ist ja interessant, da würde ich mal gerne einen Blick drauf nehmen. Nein, ich sag ganz ehrlich, da will ich mich todlachen drüber. Ja, den kriegst du. Aber ich hab, als ich den gerade gesehen hab, hier bei mir da hier, ähm. Hunder Büxmann, Internet, weißt du? Hier gibt's auch so einen. Der hat, ähm. Am Pool oder was? Ja, genau. Der geht aber immer nur zum Pissen im Pool, glaub ich. Aber du redest nicht von dir? Nicht von mir. Aber es gibt so einen, der so, ähm, alle 25 Minuten geht dann mal so ein bisschen Bauchnabel rein, steht dann da rum und so, was soll der denn sonst machen? Aber das macht man, im Meer ist es doch legitim, aber nicht im Pool. Da schafft er es aber nicht hin, weil am Meer gibt's ja keine Bar, zu der man hinschwimmen kann. Achso. So, und der muss ja auch oben wieder nachfüllen, damit das auch unten weitergeht. Aber bei dem ist ganz interessant, das ist so ein absoluter Bodybuilder, der ist aber auch sehr klein. Also man sieht so richtig praktisch, ähm, was da schiefgelaufen ist. Der ist also, der ist wirklich so gebaut mittlerweile, weil der so klein ist, dass man besser über den rüberspringen könnte, als so drumherum zu laufen. Also es ist effektiver, einfach drüber zu hüpfen, ähm, weil der also kleiner ist, als dass er breit ist und so. Und der sieht insofern merkwürdig aus, der hat auch mal so eine ganz kleine Badehose an und die schneidet ihm so richtig ins Fleisch. Und auch natürlich, damit man alle Muskeln sieht, die er trainiert hat. Und der hat sich vor dem Urlaub schon mit Selbstbräuner eingeschmiert, weil es ist mir dann so eingefallen, was sieht an dem eigentlich so komisch aus, hab ich gedacht. Ja klar, also erstmal diese bizarren Muskeln auf diesen kleinen Körper verteilt, aber der ist überall braun. Praktisch auch an Stellen, wo man gar nicht braun werden kann, weil da gar keine Sonne hinkommt, zum Beispiel in den Ohren. Da hast du reingeguckt. Na, ich, der saß beim Essen so, konnte ich so rüberschauen und ich dachte so, was ist denn an dem so merkwürdig? Stimmt, man wird eigentlich normalerweise in diesem Ohrmuschelbereich nicht braun. Es gibt bestimmte Bereiche, da wird man nicht braun, es sei denn, man schmiert sich da so eine Bräunungscreme rein, da wird er auch da braun. Und der schmiert das wirklich in jede Ritze. Also ich hab nicht überall nachgeschaut, aber, ähm, und das sieht an dem so komisch aus, dass der so gar keine Konturen mehr hat. Der hat überhaupt gar keinen Kontrast mehr. Der ist einfach so ein, der sieht eigentlich aus wie ein Schappen. Ich stell mir eigentlich vor wie Meister Propper. Hat der nicht auch mal so eine Badebuchse an und ist so zu braun? Ja, so ein bisschen, so ein bisschen ist das so. Das ist eigentlich, das ist eigentlich so ein Engländer, der also sehr viel experimentiert hat mit so Selbstbräuner. Also man, man muss da sehr aufpassen, dass man nicht auf so zufälligen Schnappschüssen, ähm, da irgendwie denkt, äh, da macht er den Günther Weihrafen, will irgendwo verdeckt ermitteln. Also es ist wirklich schwierig und, äh, den beobachte ich jetzt noch ein bisschen, aber es passiert nicht viel. Also, äh, er schüttet oben rein, unten kommt vermutlich raus, nehme ich an und ansonsten sieht er einfach kurios aus und hat eine enge Badehose an. Die Leute gibt es. Ich, ähm, möchte hier was gestehen euch, äh, möchte aber, dass ihr mich jetzt nicht direkt verurteilt, ich möchte euch eine Perversion gestehen. Oh geil. Aha. Meine neueste Perversion ist... Welche Musik darf es sein? Richtig geil, perverse Musik. Und ihr müsst auch sagen, also, ob das schon so pervers ist, dass man das in so eine perversen App auch eintragen kann, so neben Bondage-Fan und irgendwie Socken-Fetage oder so. Was hast du für perversen Apps? Na, ich sage, es gibt doch so perverse Apps, wo du gleichgesinnte Perverse findest, damit du mit denen das perverse machen kannst. Mhm. Ja. Und das wäre eh nochmal eine weitere Überlegung, ob man das ausbaut auf das, worauf ich gleich zu sprechen komme. Aber ihr könnt mal, ob euch das pervers genug wäre, sogar für so eine perverse App. Also da würde ich dann so reinschauen, so Bondage, weiß ich, und so weiter. Und das, worauf ich jetzt zu sprechen komme. Mein neuster perverser Kink ist, ich bin süchtig nach Tiny-House-Dokus. Und zwar habe ich in allen öffentlich-rechtlichen Mediatheken… Kannst du das ein bisschen erotischer erzählen? Ich habe in allen öffentlich-rechtlichen Mediatheken… Das ist deine Erotikstimme? Ich glaube schon, ja. Ui. Wie ist denn deine erotische Stimme? Hallo. Achso. Klar. Ich habe alle Tiny-House-Dokus geguckt in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken. So, und die habe ich alle geschaut und habe darüber festgestellt, nach der zehnten oder so, dass mich eine ganz besondere Sache daran verrückt macht. Ja? Also da habe ich mich verrückt. Nicht sexuell verrückt, das ist vielleicht jetzt der Bummer, aber… Aber ist es schon so eine Objektophilie? Ja, es geht aber gar nicht um die Tiny-Häuser. Kein Porsche-Parkplatz. Darum geht es auch nicht. Es geht um die Tiny-House-Bauer. Weil wenn du dich entscheidest, also nochmal zu einordnen, ein Tiny ist ein sehr, sehr kleines Haus. Tiny heißt ja auch so winzig und klein. Und die meisten Tiny-House-Bewohnerinnen und Bewohner, die haben sich das selber gebaut, um dann da dritt zu wohnen. Und für die geht da auch so eine ganze Lebensphilosophie mit einher, die Überschrift ist Verzicht. Also nur das Wesentliche. Man hat ja nur sehr, sehr wenig Platz. Und was ich wahnsinnig witzig finde, ist, dass alle Tiny-House-Besitzer, die da zu Wort kommen, die triumphieren über das System. Die sagen, wir sind so schlau, wir sind so pfiffig, wir haben die Lösung gefunden. Und die sind so richtig, die tragen die Nase ganz hoch und die Schultern ganz breit, weil die so pfiffig sind. Und dann muss ich immer denken, und das ist für mich der eine Gedanke, ihr fühlt euch super pfiffig, aber ihr wohnt in einem super kleinen scheiß Haus. Und diese Tatsache, die finde ich so witzig, dass Leute die ganze Zeit sagen, ja, wir haben es hier, wir haben es verstanden. Wir wissen, wie es geht. Ihr Idioten da oben in euren Schlössern. Aber wir sitzen hier auf dem Klo direkt am Esstisch. Und dieses Triumphieren, das ist so witzig. Bitte, bitte, liebe Baywatch Berlin-Hörerinnen und Hörer und Schmitty und Klaas, bitte schaut euch eine Tiny-House-Doku an und wartet. Es dauert im Grunde eigentlich immer nur eine Minute. Also man muss nicht wie bei Pornos lang rumspulen. Sondern nach einer Minute kommt der Erste, der sagt, ja, ich setze jetzt hier auf dem Tiny-House, habe dem ganzen System Haus ein Schnippchen geschlagen. Sag ich mal, Shortcut ins Leben. Und das ist wirklich, also das hat mich fasziniert. Das ist herrlich. Und das ist dann auch so, dass die da drin auch immer so alles so umschieben können. Die können alles schieben, weil die wirklich, du sitzt beim Scheißen und kannst dann aber auch Mittagessen. Im Grunde, so musst du es ja, du musst es ja so angehen. Das ist eigentlich wie der Typ hier aus dem Pool, also dass man einfach nur noch nachschüttet. Du kannst beim Scheißen Mittagessen, dabei kannst du mit dem linken Fuß dieses Tiny-House auch noch fahren und sitzt eigentlich mit einem Bein auch im Bett. Und das ist im Grunde das geniale System hinter dem Tiny-House. Also bitte unbedingt diese Dokus wegschmachten, weil die Typen sind alle gleich. Ach toll. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Sowas gucke ich mir gerne an. Es gibt auch zwei Dokus, die damit enden, dass ich von jeweils einem unterschiedlichen Mann am Ende der Doku die Frau getrennt habe. Ja, das wäre die nächste Frage. Das ist ja eigentlich nur was... Da ist ein Fazit, Experiment Tiny-House gescheitert. Aber in beiden Fällen sagt der Mann, ich mache weiter, ich bleibe hier. Bist du komplett vereinsamt? Ja, aber das wäre jetzt die nächste Frage. Also das kann man natürlich nur machen, wenn einem andere Menschen egal sind. Also einen Rückzugsraum könnte man sich praktisch bauen aus der Seitenwand der Toilette und irgendwie der Eingangstür oder so. Ja. Dann kann man sich dann so ein Dreieck zusammenschieben irgendwie und dann kann man sich dann mal zurückziehen und mal so ein bisschen für sich sein. Ja, vielleicht ist das nächste Nacht Tiny-House einfach ein Sarg, dass du so triumphierend am Sarg hockst und sagst, ja Leute, fickt euch mit euren Penthäusern. Das auf der Erde leben. Ja. Schon lang nicht mehr mein Ding. Ja. Unter der Erde. Mit dem Rohr zum Atmen nach oben. Genau. Das ist es. Genau. Ihr Idioten. Ich habe eine gute Sache festgestellt, die uns zivilisatorisch ein bisschen in die Gegenwart bringt. Ich habe festgestellt, dass man jetzt endlich ein bisschen normaler und auch ein bisschen besser umgeht mit Technik. Selbst ich. Also ich habe an mir festgestellt, habe ich gemerkt, okay, wir sind jetzt in einem neuen Zeitalter, wo also Dinge selbstverständlicher werden, weil ich ja genau wie ihr auch die Übergangsgeneration war, wo auf einmal ganz viel neue Technik hineinkam und die wird jetzt aber erstmal so bleiben, die wird sich natürlich verbessern und auch schon verbessert haben in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Und mir ist das deswegen aufgefallen, weil ich zum Beispiel merke, dass ich zum Beispiel Spracherkennungs-Apps oder Spracherkennungsdienste nicht mehr anschreie. Ich rede mittlerweile normal mit denen. Ja. Ich schreie die nicht mehr an und rede nicht mehr mit denen, als wenn die ein bisschen dumm und vier Jahre alt. So hat man das nämlich zehn Jahre gemacht. Wie wird das Wetter? Genau. So. Man hat so mit denen gesprochen. Und auch bei Touchpads, die allerersten Touchpads, musste man wirklich mit der Faust draufschlagen, damit das Ding reagiert hat. Aber jetzt mit der flachen Hand draufdrücken, so doll man konnte, bis einem der Daumen oder die ganze Hand weht hat. Und mittlerweile ist es ein ganz leichter, kleiner Tipp drauf und zack, funktioniert es. Und ich finde der mittlerweile gängigere, normalere Umgang, so wie man das aufs Filmen kannte. Man kommt nach Hause, hängt die Jacke auf, Licht an, zack, geht Licht an. Dann, das funktioniert. Wir haben natürlich da gestanden und haben eigentlich praktisch mit der Ausformulierung unserer Befehle mehr Zeit verbracht, als mit dem Lichtschalter drücken oder mit dem, was man sonst gemacht hätte, stattdessen oder bei der Auskunft anrufen. Und das habe ich jetzt an mir festgestellt, dass ich offenbar jetzt ein moderner Mann bin, in dem ich so Geräte nicht mehr behandle, als wären sie irgendwie zurückgegeben. Darf ich kurz nachfragen, was ich interessant finde an deiner Persönlichkeit auch und ich möchte es mal versuchen, dem näher zu kommen. Oh, jetzt kommt so eine hinterlistige Beleidigung. Nein, aber ich finde interessant, also man könnte einerseits sagen, der technische Fortschritt erlaubt eine wesentlich lässigere Bedienweise über die letzten zehn Jahre, im Grunde die die Evolution vom ersten iPad, wo man den Bildschirm zerdrückt hat, bis zum heutigen. Aber du bist wieder auf deine Fähigkeiten. Nein, 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 es ist anders. Es ist eigentlich eher eine Abwertung meiner Fähigkeit, weil ich selbst moderne Geräte noch angeschrieben habe sehr lange. Also du hast sie noch verwendet wie vor zehn Jahren. So, das meine ich. Jetzt langsam habe ich mich als Mensch an die Technik angepasst. Ich war derjenige, der erstmal wieder, der upgedatet werden musste. Und ich habe irgendwann festgestellt, ach, die muss man ja gar nicht anschreiben. Ich bin jetzt neidisch auf deine Geräte, ey. Wieso? Die werden nicht mehr angeschrien und nicht mehr wie bekloppt behandelt von Klaus. Bei Schmidt, die muss man auch sehr festdrücken. Aber so richtig, wollte ich jetzt sagen, aber das mag der ja. Das magst du, aber wenn ich dich festdrücke. Ja, auch massant. Das ist auch massant. Ja, aber dass ich dich nur noch so mit der Fingerspitze so einmal so antatsche, ich glaube, das möchtest du nicht. Also, dass du ab und zu nochmal richtig gedrückt bist von mir. Ja, und man braucht Freunde auch jetzt, ehrlicherweise. Wozu hat man denn Freunde, wenn nicht wenigstens die einmal anschreien? Ja, ja, gut. Dann bist du ja best friends. Ja, oder? Schmidt, ich bedanke dich. Schmidt, ich bedanke dich. Danke ihr. Danke. Ich finde das schon auch eine Qualität auch von unserer Freundschaft, dass man nie genau weiß, ob man mit dem, was man jetzt gerade sagt, durchkommt. Es gibt Freundschaften und auch so kumpelähnliche Beziehungen, wo ich genau weiß, ich kann den größten Schwachsinn erzählen. Ich kann erzählen, dass bei mir im Garten letzte Nacht ein Alien gelandet ist. Und die werden sagen, ah ja, wenn du das sagst, stimmt das wohl. Es gibt so Freundschaften, von denen man weiß, da kommt man mehr, oder Freundschaften, aber so Bekanntschaften oder Gespräche, in denen man bereits drin ist oder die man gerade erwartet, wo man genau weiß, man kann eigentlich, kommt hier komplett durch mit allem. Man kann auch irgendwelchen Quatsch erzählen, den man sich in der richtigen Freundschaft nicht trauen würde. Weil man genau weiß, man hat eigentlich nicht genug Ahnung. Vielleicht gilt das für Promis nicht immer generell, weil es ist ja wahrscheinlich auch so für, ob das jetzt ein Hotelangestellter ist oder keine Ahnung, irgendjemand in einem Laden. Es fällt einem doch schon schwer, wenn jetzt so Thomas Gottschalk vor dir steht oder so, dass du dann irgendwie, und der redet offensichtlich richtigen Müll, dem zu sagen, Herr Gottschalk, sie reden offensichtlich richtigen Müll. Also ich weiß nicht, ob diese Hürde nicht eh schon da ist bei, in Anführungszeichen, normalos gegenüber Prominenten und du vielleicht schon seit zehn Jahren in so einer Welt lebst, wo dir vieles abgenickt wird. Das ist das große Problem. Ich gebe dir vollkommen recht und da muss man eben zusehen, dass man sich die besten Freunde oder die Freunde, die man hat, bewahrt und zwar ein Leben lang und nicht erst holt, wenn man sonst wo angekommen ist oder so oder irgendwie so eine Situation hat, wo es schwierig ist, das selber auch von innen zu durchbrechen, weil es einem die ganze Zeit so entgegenkommt. Und deswegen muss man um jeden froh sein, der einem tagtäglich, vielleicht nicht, aber zumindest dann, wenn es angebracht ist, halt auch sagt, jetzt halt mal deine Fresse. Das ist schon nicht unwichtig. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht an die sogenannten falschen Freunde gerät und so ist es ja bei dem jungen Mann passiert, der uns im Grunde das Sorry der Woche präsentiert. Xavier Naidoo, der ja jetzt in einer großen Entschuldigung eigentlich nochmal deutlich gemacht hat, dass er die letzten zehn Jahre aus Versehen bei der Wahrheitssuche, ist er an die falschen Leute geraten, die ihm aus Versehen die falsche Wahrheit auch mitgegeben haben. Wie zum Beispiel, dass die Erde eine Scheibe ist, dass Donald Trump Kinder entführt und deren Blut trinkt, dass die Juden an der Weltverschwörung schuld sind. Und all diese Sachen, die haben ihm aus Versehen Leute gesagt und er hat das aus Versehen geglaubt und hat die dann selber weiter vorbei. Er ist dann auch aus Versehen, ist er glaube ich, so kann ich nur mutmaßen, ist er so am Handy ausgerutscht, dass er eine ganze Telegram-Gruppe erstellt hat, wo er noch bis eine Woche, bis zwei, drei Wochen vor der Entschuldigung ganz, ganz lange Texte reingetippt hat. Und jetzt tut ihm das aber leid. Aber auch nicht so ganz so konkret, muss man sagen. Aber glaubst du denn, dass er auch aus Versehen so eine ganze Tour gebucht hat, mit so aus Versehen super vielen Plätzen, die wieder verfügbar sind? Nein, ich glaube, dass er gerne eine Tour gebucht hätte, ist nur eine Vermutung. Aber, dass es wahrscheinlich inzwischen durch die Entwicklung seiner Persönlichkeit kaum noch Leute gibt, die sagen, lieber Xavier, bitte komm doch bei mir in die sehr, sehr große Tonhalle hier in Essen und spiel da deine Lieder. Ja, so ein Telegram-Konzert, das ist nicht so lukrativ. Das ist nicht so, ich glaube, dass der schon noch bei so Idioten irgendwelche Tickets verkauft, aber wenn keiner mehr da ist, der sagt, hier kannst du spielen und keiner mehr da ist, der sagt, ich leihe dir mal ein Klavier und ein Schlagzeug, dann wird das schwierig und dann ist es vielleicht besser mal, sich zu entschuldigen. Wenn es da Echsenmenschen gibt, dann bin ich am Start, kaufe ich ein Ticket. Du willst ja auch eine gute Stimmung da haben, das ist ja das Problem. Stell dir vor, du würdest ja wahrscheinlich mit Ach und Krach irgendwelche Läden da vollkriegen, aber das sind ja dann Menschen, die wollen dann die ganze Zeit diskutieren über irgendwas und bringen dann ihre Fahnen damit und kommen dann mit so selbstgebastelten Pappschildern, die sie sich so um den Hals hängen und so. Und die sind dann ja auch nicht alle so gleichmäßig verrückt. Das wäre dann ja okay, dann könnte man ja zumindest mal wissen, wie man sie alle behandeln soll, sondern was man ja vergisst ist, dass diese Truppe, die er sich daran gezüchtet hat, die sind ja alle sehr individuell verrückt. Das heißt, die würden sich in so einer großen Halle nicht mal untereinander richtig gut verstehen, sondern bis da Streit losgeht über irgendeine Abzweigung einer Verschwörungstheorie, die der eine dann so findet und der nächste sagt, das ist aber jetzt so ein Quatsch. Das war ja auch früher, also auch vor diesen ganzen Corona-Maßnahmen, gab es so eine, das war wirklich lustig, immer so ein Treffen von so Verschwörungstheoretikern aller Couleur auf dem Gendarmenmarkt. Das war bevor das halt jetzt so riesengroß wurde. Und dadurch, dass das halt einfach so viele kleine Splitter-Theorien sind, dass sie sich nur unter der Überschrift, wir sind alle irgendwie, haben so Theorien, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner und so wäre es da ja auch. Also ich weiß nicht, ob man diese Crowd, selbst wenn man die dann irgendwie dazu kriegt, ein Ticket zu kaufen, ob man die dann wirklich will oder ob dann am Ende da so eine Stimmung ist wie, weiß ich nicht, wie bei einem Eishockey-Spiel oder so. Aber was waren denn so eure Gedanken, als ihr diese Entschuldigung geschaut habt? Ja, ich finde es, ja, also da ist man vielleicht auch naiv oder ich befürchte, dass das zu naiv gedacht ist, aber im ersten Moment habe ich gedacht, man muss auch irgendwie eine Chance geben, jemandem wieder die Hand zu reichen, so. Und das meine ich ganz ernst. Also wenn jemand da, egal, also einigermaßen glaubhaft ausführt, dass er sich geirrt hat, dass er vielen Leuten, vielen Freunden vor den Kopf gestoßen hat, dann will ich jetzt erstmal nicht so zynisch sein und sagen, das macht er jetzt nur wegen Ticketverkäufen, so. Weil, man muss ja auch sehen, also egal welche Blase er sich angezüchtet hat, er macht sich in dem Moment jetzt auch nochmal sehr, sehr viele Feinde aus einem Milieu, wo man auch gar keine Feinde haben will, ne. So, also, weil, oder man will sie haben, aber das ist auf jeden Fall nicht eine leichte Sache. Und ich glaube, er stößt jetzt seinen neuen Freunden komplett vor den Kopf, ohne sicher zu sein, dass ihm die Entschuldigung abgenommen wird und so. Und ich dachte da halt kurz irgendwie, ja komm, irgendwie ist es doch, egal wie, ganz gut, dass er irgendwas gemerkt hat und irgendwie, ich sehe aber gleichzeitig, dass es wohl auch so ist, ich bin da jetzt nicht hundert Prozent mit dem Thema, aber dass er bei Telegram bis vor zwei Tage vorher, glaube ich, noch gegen Juden gehetzt hat und wirklich antisemitischen Müll daraus gebrüllt hat. Und dann frage ich mich, was ist denn da über Nacht passiert? Und dann kommt man natürlich ins Grübeln. Vor allen Dingen finde ich, ich glaube, du darfst Xavier Nadeau sogar offiziell Antisemit nennen, da gab es irgendwie ein Urteil. Und müsste nicht eine Entschuldigung auch so formuliert sein, dass man auch ein bisschen konkreter wird in dem, wofür man sich entschuldigt und von was man sich distanziert? Und ich glaube, dass die Entschuldigung auch, sie ist ja auch abgelesen, sie ist auch ein sehr künstliches Setting. Das würde jeder machen, wenn das so eine richtige Entschuldigung ist. Ja, stimmt, da magst du recht haben, aber du merkst ja schon in den Formulierungen, dass sie total vermeidet, konkret zu werden. Ich hatte schon den Eindruck, sie will so diese, seine Schwurbler-Trupp nicht gänzlich vor den Kopf stoßen, aber letztendlich irgendwie so genau auf dem Grad des Nötigsten das formulieren, was man eben formuliert, um so ein Stück weit wieder in die Gesellschaft zurückzukommen und dann, das wäre meine Unterstellung, wieder ein paar Karten zu verkaufen. Naja, aber er sagt ja eigentlich schon, dass er wirklich komplett auf dem Holzweg war und dass er auch Sachen gesagt hat, für die man sich schämen muss und für die es keine Entschuldigung eigentlich gibt. Aber was ist das, was sind die Sachen? Ist das, dass du sagst, Deutschland ist eine BRD und es gibt keine Regierung, also dass du im Grunde faschistoide Gedanken hast? Sind das Gedanken, wo du sagst, Juden sind schuld an der Weltforschung, antisemitische Gedanken? Sind das Gedanken, wo du sagst, die Welt ist seiner festen Überzeugung nach eine Scheibe? Also muss man da nicht ein bisschen konkreter werden? Ja, vor allen Dingen, ich glaube aber, man hat ja auch bei vielen, also es gibt ja aus verschiedensten Szenen, also ich sag mal monothematischere Szenen, dann Aussteiger, weiß nicht, die aus der extremen Rechten oder so dann aussteigen und so. Und ich finde, das ist jetzt erstmal, muss man sagen, ist das ein guter Anfang, sage ich mal so. Ob der jetzt schon befriedigend ist oder glaubhaft oder so, das kann man glaube ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Das war so ein, habe ich auch so empfunden, eher so ein Agenturstatement, wo man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt halt mal von mehreren Leuten gegengelesen worden, bis das dann mal rausgeht und zwar eben genau mit dieser, mit diesem Wunsch, dass es jetzt erstmal so einigermaßen schmerzlos durch die Tür geht. Was jetzt aber im Nachhinein weiter passiert, ich glaube, das kann jetzt diese ganze Geschichte in die eine oder andere Richtung bringen. Ich finde es schon mal gut, dass jemand, der von vielen Leuten dann auch oder von vielen leicht beeinflussbaren Leuten auch als Vorbild gesehen wird, dass der sich erstmal hinstellt und sagt, komm, das ist alles Kacke. Das hat er ja gesagt. Aber was genau alles und was jetzt auch an Arbeit folgt, weil ich glaube schon, dass das jetzt einfach mit so einem Statement nicht getan ist. Also nur mit Worten ist es nicht getan. Und die meisten Menschen, die wirklich aktiv aus so einer Szene aussteigen oder die einer Sekte entkommen sind oder sonst was, die verschreiben sich dann auch der Arbeit damit, diese Szene ungefährlicher zu machen und eben bestimmte Dinge auch nach außen zu kommunizieren, vielleicht andere davor zu bewahren, da hinein zu rutschen. Also die Arbeit, die er auf der falschen Seite jetzt jahrelang gemacht hat mit großem Enthusiasmus. Finde ich ein super Punkt. Ja, so, die muss er jetzt da auch erstmal leisten. Also einfach nur mal was zu sagen und dann ist es jetzt halt so, das nicht, das ist jetzt der einzig mögliche Anfang, weil was will man denn sonst machen? Irgendwie muss es ja mal anfangen, aber was jetzt kommt, das entscheidet das. Und wenn das jetzt bei diesem platten Statement da bleibt und dann ist er halt privat, soll man jetzt glauben, ist er halt jetzt nicht mehr so, aber sonst kriegt man auch nicht mit, was er eigentlich wirklich macht, dann ist das alles albern und für die Katz. Also er muss jetzt wirklich die Gegenarbeit leisten. Ich glaube auch, wir müssen halt auch aufpassen, es gibt ja so viele Kampagnen und die haben ja alle eine Notwendigkeit, ob es Aussteigen aus rechts oder irgendwie, wo man Überzeugungsarbeit leistet, dass vielleicht auch Leute, die vermeintlich auf dem Irrweg sind, nochmal ein bisschen ihre Position überdenken und dann aber im gleichen Augenblick, wenn das jemand formuliert und sich damit an die Öffentlichkeit wendet, dann kann man eigentlich auch nicht irgendwie von vornherein sagen, ja, da ist ja eh alles gelogen oder Karl Kühl, der will jetzt da seine drei Tickets verkaufen, sondern da gehört auch dazu, sonst kann man sich alle Kampagnen dieser Welt sparen, die einfach alle abhaken und sagen so, komm, ist egal, die sind für alle Zeiten verloren. Das kann es ja auch nicht sein. Ich bin kein Sympathisant im Gotteswillen von Xavier Naidoo und der hat sich wirklich, das ist noch mehr als nur dumm gelaber, was er gemacht hat, ist wirklich alle Grenzen übertreten mit seinen Aussagen in den letzten Jahren und ich glaube, trotzdem muss man irgendwie jetzt genau hinschauen. Aber ich finde, das, was Klaas gesagt hat, ist ein wirklich entscheidender Punkt. Ich will nochmal einen Satz rausnehmen. Du hast gesagt, er hat jetzt ganz viel gearbeitet über Jahre, um irgendwie Dinge zum Einsturz zu bringen oder für die falsche Sache jetzt mal ganz platt. Und jetzt, finde ich, kann man schon erwarten, dass mit der Entschuldigung mehr einhergeht als nur dieses Statement. Da muss aus meiner Sicht mehr kommen, um da auch ernst genommen zu werden und auch die Verletzungen ein Stück weit wieder gut zu machen, die man zugefügt hat. Ich finde, das ganze Thema ist grundsätzlich so spannend, gar nicht mal an der Figur Naidoo, sondern das Thema Entschuldigen ist heute so spannend, weil eigentlich gibt es ja im Leben so viele Situationen, in denen man selber auf die Entschuldigung angewiesen ist und man ist darauf angewiesen, sich zu entschuldigen und man ist darauf angewiesen, dass der andere oder die andere das annimmt. Also es ist immer schwierig, auf einem zu hohen Ross zu sein, über Leute zu urtern, die sich entschuldigen, weil das passiert eben viel auch bei Twitter, dass das nicht angenommen wird oder dass es nicht ausreicht. Und da denke ich immer, ja, hoffentlich ist der, der gerade Richter darüber ist, ob das jetzt ausgereicht hat, nie selber fehlbar und angewiesen darauf, etwas richtig zu stellen oder ein Irrtum einzuräumen. Und das, da bin ich bei dir, das muss immer auch möglich sein, ein Irrtum einzuräumen, sich zu entschuldigen und danach wieder auch von der Gesellschaft umarmt zu werden, aber es reicht aus meiner Sicht eben nicht aus, was er jetzt im konkreten Fall dafür tut. Oder man muss eben sehen, was noch kommt. Naja, eben genau, man muss jetzt sehen, was noch kommt. Ich finde, man darf aber auch mal so ein bisschen beleidigt sein. Also neben all der, neben all den Werten, die man eben auch verbindet mit der Möglichkeit, jemanden, ja wie soll man das sagen, zurückzuholen oder wieder zu integrieren in normale Umstände und demjenigen vielleicht, der ja, das muss man ja auch alles mal sagen, also dass da, wer dieses Video kennt, wo er dann da in Tränen aufgelöst da sitzt, weil er denkt, da werden irgendwelche Kinder von Adenochrom-Zapfsäulen da befreit und so von Trump, irgendwie so, er weiß der Kuckuck, was die sich da zusammenspinnen. Aber wer sieht, wie es dem geht in dem Moment, das ist ja nun nicht geschauspielert, sondern der ist in irgendeinem Zustand da. Ob er sich da lächerlicherweise selber reingeredet hat oder zu viel gekifft oder sich zu beeinflussbar oder weiß ich nicht, vielleicht irgendeine traumatische Erfahrung, die eine Öffnung für sowas möglich macht und jetzt nach vielen Jahren im Erwachsenenalter eben dann sowas verursacht, weiß man alles nicht und so. Aber man muss ja sagen, das war in dem Moment ein echtes Gefühl und ein psychischer Zustand und diesen psychischen Zustand, den muss man auch jemanden, der dann seine Reichweite natürlich viel größer nutzen kann, weil er vorher, wo er sich vielleicht irgendwie noch anders gefühlt hat, irgendwie sich eine große Reichweite aufgebaut hat und auf einmal kriegt das dann jeder mit und so. Es gibt ja viele, die so für sich in ihren vier Wänden verrückt werden und keiner merkt es, weil die eben gar nicht den Zugriff haben auf so viele verschiedene Leute, die dann zuhören. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch vollkommen okay, wenn man beleidigt ist als Gesellschaft oder als Öffentlichkeit oder als jemand, der den schon lange kennt oder so und man sagt, ey, jetzt kommt er da mit so einem lapidanen Video, setzt sich da hin und sagt, ach, Kuckuck, übrigens war alles Quatsch, was ich gesagt habe, können wir wieder Freunde sein, dass das jetzt nicht sofort im Sinne der sachlichen Entgegennahme und des Konzepts von Leuten, die eine Hand zur Hilfe ausstrecken, dass man die nicht sofort wegschlägt, das ist im Prinzip das Prinzip, was da drüber steht, aber dass man auch so ein bisschen skeptisch ist und deswegen haben wir ja auch anders das Thema hier begonnen, um erstmal so ein bisschen das naheliegende zur Seite zu räumen und einfach so ein bisschen sagt, ey, also so vielleicht kriegt man nicht immer sofort alles entschuldigt und vielleicht gibt es dann manchmal dann doch noch so eine Langzeiterinnerung und vielleicht ist man ein bisschen nachtragender, wenn eine bestimmte Grenze verbal oder inhaltlich oder rhetorisch sehr lange, sehr oft und sehr intensiv überschritten wird. Da hat sich ja jetzt lange, lange eingesetzt dafür, dass wir alles skeptisch auf die Welt schauen und dementsprechend ist es auch okay, wenn man jetzt das Statement mal sich skeptisch anschaut. Stimmt, guter Punkt. Noch letzte Sache, ich meine, warum ist man auch so streng mit ihm? Er ist ja nicht einer von vielen Schwurblern gewesen, sondern ich finde schon, wenn man nochmal zwei Jahre zurückspult, so Anfang der Corona-Pandemie, als aus so ein paar witzigen Schwurblern, die man so bei Spiegel TV beäugt hat, eine Bewegung geworden ist, die dann wirklich auch in vielen großen Städten zu großer Zahl viel auch mit Rechtsradikalen zusammen demonstriert haben und da einen Terz und einen Terror gemacht haben, ihre Masken nicht getragen haben, gab es Demos in Berlin, die dann wirklich nachweislich als Superspreader-Event festgestellt wurden. Da war er eher schon immer eine Galleonsfigur dieser ganzen Bewegung. Er war so einer der ersten mit so einem Telegram-Kanal, noch lange vor Attila Hildmann und ich glaube, dass er da wirklich auch einen großen Schaden angerichtet hat, als jemand, der eigentlich einer der prominentesten in Deutschland war, weil er ein herausragender Sänger ist, jemand, der bei Deutschland sucht den Superstar in der Jury neben Bohlen sitzt, das war eine Figur, da war auch genau für diese Menschen, glaube ich, eine Figur, die gesagt hat, Mensch, wenn der da jetzt dabei ist und wenn der mich da mit meinen Nachrichten versorgt, dann muss der, dann kann ich ja so falsch gar nicht liegen. Und der hatte, glaube ich, viel von diesem ganzen Schwachsinn, der wirklich zu einer gesellschaftlichen Bedrohung, auch zu einer Bedrohung für die Demokratie geworden ist, hat der legitimiert oder sogar mit seinem Quatschkanal initiiert. Und das, finde ich, das darf man so nicht ganz vergessen, wenn der da so rollmütig auf der Designer-Couch sitzt. Aber auch da ist wieder eine Chance, wenn genau so ein Posterboy, so nenne ich ihn mal, wenn der jetzt irgendwie sagt, alles, woran ich in den letzten zwei Jahren geglaubt habe, war für die Katz. Und war Schwachsinn, ich möchte mich entschuldigen. Das ist per se eigentlich mal eine Basis, wo ich jetzt nicht die Tür zuschlagen würde. Du hast vollkommen recht, das muss man jetzt so machen, aber ich bin jetzt mal gespannt, wie ernst das genommen wird und ob da mit derselben Konsequenz eben auch in diese Richtung jetzt gearbeitet wird. Ab zu Lanz und dann schauen wir mal. Ja, genau. Das Lanz-Gericht soll, Robin Alexander soll seinen Spruch sagen und dann gespannt. Genau. Und naja, das ist jetzt die Frage. Jetzt kommt er da in jede Talkshow und zack, da ist er wieder und so. Es ist alles nicht so einfach, aber ich bin schon auch bei dem da, was Thomas da gesagt hat. Sag mal, Thomas, du wolltest ja nicht dazu, ich weiß, ich mache das Thema jetzt nicht nochmal auf, du wolltest ja nicht in diese eine Fernsehsendung. Nee, wollte ich nicht. Keine Zeit. Ich weiß, es hat genervt und so weiter. Wer hätte denn sowas an können? Wer weiß denn sowas, was Thomas da nicht in den? Wer weiß denn sowas, was du das nicht in den? So, aber jetzt hat mich nochmal jemand ein Zuschauer auf eine, vielleicht lag es an der Sendung so, habe ich mir jetzt auch überlegt. Vielleicht ist es einfach die Show, in der du dich nicht wohl gefühlt hast. Ach so, dass unser Schmidchen nur Quiz hast. Mir hat jemand wirklich eine ganz kurze, aber wie ich finde, noch erfrischende Nachricht geschickt. Da kam, kannst du, weil auch die Formulierung, also das übernommen hat, so wie ich das praktisch mache, wie ich also Leute gegen ihren Willen oder manchmal auch mit ihrem kleinen Willen prominent mache. Hier hat jemand geschrieben, kannst du Thomas Schmid mal bei Ninja Warrior anmelden? Fände ich witzig. Ja, und da wollte ich dich mal fragen, ob du mal bei Ninja Warrior mal mitmachen willst. Oder habe ich dann überlegt, wenn du sagst, ah, da stehe ich so im Mittelpunkt, ziehe ich so mein Ding und so, habe ich überlegt, ob du nicht in der Haustell-Version mit einem von deinen Kröten da mitmachen, äh, von deinen Echsen da mitmachen willst. Ja, also wir kennen uns ja jetzt lange, so hast du ja schon den Podcast hier eingeleitet. Wenn die springen. Dass es ja wichtig ist, dass man gute Freunde hat, die einem auch die Meinung sagen und so. Und hier ist als guter Freund meine Meinung, fick dich. Das finde ich nett, dass du immer noch so, dass du so direkt noch zu mir bist. Das sind die wenigsten. Erfrischend, oder? Erfrischend. Also Ninja Warrior, ich leite daraus jetzt mal ab. Nein. Und Köppen, lass das Handy liegen. Ja, okay, gut. Also braucht gar keiner erst anrufen. Aber du kannst doch, kannst du hangeln zum Beispiel? Das Einzige, was ich machen würde, ich würde nächstes Jahr in der Neuauflage von der Passion, würde ich den Jesus machen. Nein, wirklich, das ist aber ein großzügiges Angebot. Doch, würde ich machen. Auch mit Gesang? Ja, mit allem drum und dran. Kannst du denn alle Tokio Hotel Hits und von Silbermund? Krieg ich hin. Ja? Thomas, du hast dich jetzt gerade, du weißt, was jetzt genau gerade passiert, ne? Ist dir das wirklich bewusst, Schmitti? Ja. We have the power to do that. Also ihr könnt mich zum Jesus machen, dann bin ich am Start. Wenn RTL sagt, so komm, das machen wir, da wagen wir mal was. Aber muss das auf RTL laufen? Ein TV-Experiment und so. Oder dürfte das auch parallel pro sieben laufen? Nein, auf nix, auf RTL 20.15 Uhr, nicht hier. Nein, nee, das ist hier LNB-Special und so. Ich würde sonst mit Klaas mal Dani Rosemann anrufen, ob der nicht Lust hat, gegen die Passion Christi dich ins Rennen zu schicken. Ja, die Passion Turbo auf dem Nachbarsünder. Noch geiler, mehr Blut, mehr Sex, mehr Action und geilere Lieder. Mehr Hits. Wäre das nicht witzig? Das wäre doch gut. Das wäre doch saugut. Wenn wir das machen könnten, da müssen wir aber rechtzeitig rauskriegen, machen die wieder dieselbe Nummer wie dieses Jahr oder nächstes Jahr? Natürlich. Wir machen eine geilere Stadt. Wir machen das erstmal in Paris oder so. Wir buchen, oder ich meine, von mir aus Kassel ist ja schon geiler als Essen wahrscheinlich. Natürlich, klar. Dann, wir haben geilere Stars, wie gesagt, es wird mehr Action, wir spitzen das Ganze viel mehr zu. Was ist denn, die Passion, die findet ja im öffentlichen Raum statt. Ja. Die können ja nicht sagen, so, Essen gehört jetzt insgesamt RTL. Was ist denn, wenn wir mit einem Kamerateam einfach deren Kulissen im Hintergrund nutzen und die eigene Passion für ProSieben machen? Das geht nicht, Schmitti, weil sie ja ihre Sachen, die nicht auf der Bühne sind, schon zwei Jahre vorher aufzeichnen. Ach so. Das heißt, wir müssten das jetzt machen, in diesem Jahr für 2024. Das geht. Das wäre aber ein Gag mit einer sehr, sehr langen Pointe. Ich weiß nicht, ob wir da das durchhalten. Aber was wäre denn, wenn man praktisch einfach mit anderen Handlungssträngen den Ablauf der Passion stört? Also wenn ich praktisch mein Batman-Kostüm nochmal hole. Und auf einmal steht der da. Und dann sagt man, wer darf Jesus auf Batman? Und Petrus sagt, was, wer bist du denn? So was. Das noch als kleiner Nachtrag, das hat mich ja wirklich gewundert, dass die 5000 Leute auf diesem Platz hatten, wo dann die große Kreuzigung nicht stattfand. und da die Menge so brav war, dass da keiner spürbar für die Live-Zuschauer reingebrüllt hat, dass irgendwie Ballermann-Gesänge kamen oder noch Schlimmeres. Es gab keinen Flitzer. Es gab nichts. Wie schafft man das? Wie hat RTL, mit welch eiserner Hand hat RTL die zurückgehalten? Das war diese christliche Stimmung, die da entstanden ist. Da muss man auch gratulieren. Da ist durch das Lichtkonzept, Tommi Gottschalk und die richtigen Musiken, ist da einfach eine so kirchlich-christliche Stimmung entstanden, dass sich keiner getraut, einmal Tittenarsch zu rufen. Ja, es ist aber auch so ein bisschen diese ganze Straßenfest-Stimmung da, wo man das Gefühl hat, okay, Jupport gleich muss er laufen. Nein, da war ja gar keine Stimmung. Das war andeckig. Ist das nicht so, dass das, ich stelle mir das so vor, in so einer Stadt ist das nicht so, dass man das Gefühl hat, da macht noch irgendwie Michael Simerzidis gleich die Garage auf und alle kriegen einen Kölsch oder so? Da hatte keiner Spaß. Da hatte keiner Spaß. Ach so. Also die Leiden waren auch aufs Publikum übertragen. Ja. Mir hat eine, eine Zuhörerin hat mir geschrieben, ich habe mir überlegt, also ich, ist einfach nur eine, ich will mal eine Meinung abfragen von euch, ne? Ach so. Dazu. Nach dieser Passionsposse hat RTL angekündigt, das ist jetzt die Meinung von der Melanie, die hat mir geschrieben, nach dieser Passionsposse hat RTL angekündigt, das im nächsten Jahr wiederholen zu wollen. Und das, obwohl es doch keine wirklich guten Kritiken dazu gab. Klar war die Einschaltquote hoch, aber doch eher, weil es wie ein Unfall war, bei dem man nicht wegschauen konnte. Es war doch mehr eine Plamage für RTL als ein echter Erfolg. Redet man sich sowas in der Fernsehwelt in der Tat plump schön? Ja. Im nächsten Jahr wird es doch garantiert ein Flop, denn da hat man das meiste Jahr schon gesehen und beim zweiten Mal ist es doch nicht spektakulär. Ich bin irritiert. Also im Prinzip beschreibt sie das Problem. Nein, sie beschreibt es zu ehrlich, aber natürlich, das wird eine Sitzung gegeben haben mit Champagner und dann wird gesagt worden, dann erstmal, Tommy, du warst super, du hast es klasse gemacht, das war herrlich, toll, dass du dabei warst, du hast dem Ganzen nochmal so eine Grandezza verdient. Essen sah toll aus, wir waren richtig immer bei den Zuschauern, da wo sie tagtäglich sind, wir waren fast als RTL regional vor Ort. Wir haben das toll abgefilmt, auch die schönen Seiten von Essen haben wir toll in Szene gesetzt, wir hatten tolle Sänger, die Songs waren berührend, es war, die ganze Welt hat drauf geschaut, es war alles klasse im Grunde. Das ist ja ein internationales Format, das ist ja eingekauft worden. Aus Holland, ne? Aus Holland, klar. Und das heißt, die haben auch eine sogenannte Showbibel. Das ist, ich sag jetzt mal ganz plump, ein Katalog, in dem drin steht, ich hab The Voice gekauft, dann muss das Studio so aussehen, dann muss die Musik kommen oder man kennt es auch von Wer wird Millionär, das Lichtkonzept, dass wenn die Frage kommt, gehen die Scheinwerfer runter. Das ist auf der ganzen Welt gleich. Auf der ganzen Welt gleich, ob du es in Indien guckst oder so und das wird dadurch sichergestellt durch die Formatbibel. Und die kaufst du auch ein. Noch eine Bibel. Ja, das ist letztlich der Gegenwert. Also du kriegst dann wirklich bis zur Wandfarbe, je nach Format, aber gerade bei den John DeMole Sachen oder so ist es sehr, sehr ausführlich und sehr detailliert, dass du als Produktionsfirma, die das dann für den Markt umsetzt, meines Wissens gar nicht so viele Spielräume hast, wie du das dann irgendwie abwandelst. Wenn man jetzt merkt, vieles von dem, was man gerade aufgeführt hat, hat nur so mitgeklappt. Man würde aber gerne die Passion nächstes Jahr weiterführen. Interessiert mich sehr, ob man das abwandeln darf und auf einmal sich nochmal versuchen kann, wieso wir machen jetzt DSDS 2.0, wir machen jetzt die Passion nochmal ordentlich oder ob man das nur eins zu eins wieder so aufführen kann. Ich stelle es mir so vor, weißt du, wie bei Theaterstücken, da macht Polish auch einen anderen Shakespeare als Tadek. Das darfst du halt eben nicht. Aber so gucke ich da auf RTL und erwarte da natürlich jetzt was ganz anderes. Ich glaube, das geht nicht. Dann frage ich mich, wäre das wieder ein Erfolg? Oder ist da dieser, man, ich wollte jetzt RTL dieses giftige Geschenk ins Schuh legen. Ach, du meinst, dass die einfach nächstes Jahr denken, alles klar, ey, super, sehr gute Idee, wir nehmen Jonathan Mese nächstes Jahr. Ja, genau. Der macht das. Ja, genau. Nee, aber auch, dass die sich selber jetzt denken, die Erwartung ist, das ist jetzt nochmal ganz anders. Und dann ist die Enttäuschung noch größer, wenn es wieder genau gleich ist. Er malt große Bühnenbilder im Hintergrund und darf auch ein bisschen bei der Inszenierung reinquatschen und so. Und ansonsten macht er so eine Art Performance-Kunst in der Ecke noch irgendwo. Dass man also irgendwie probiert das Ganze noch so ein bisschen, dann kriegen alle eine geknallt und los geht's. Ich finde, Udo Lindenberg sollte das inszenieren. Oh, ja. Aber ich meine, Sie dürfen ja andere Darsteller nehmen, ne? Das dürfen Sie ja schon. Andere Darsteller dürfen Sie bestimmen. Also Udo Lindenberg, das muss ich sagen, von der Idee, dass er das inszenieren will, bin ich sehr überzeugt. Ich erinnere mich sehr gerne an Udo Lindenbergs Auftritt bei Zirkus Halligalli. Da erst mal hatte irgendeiner Geburtstag, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendeiner da aus der Band hatte Geburtstag, wurde 90 oder so. Einer aus dem Panikorchester. Einer aus dem Panikorchester wurde da ein Jahr älter und dann gab es oben tatsächlich in der kleinen Garderobe, die wir da oben hatten, gab es dann auch so essbaren Bechern, Eierlikör für alle, habe ich auch noch einen gekriegt und so. Da hatte ich richtig das Gefühl, guckt mal hier, so ist das, so funktioniert das. Und er ist ja sehr sympathisch und irgendwie ein verrückter, aber irgendwie guter Typ, der, also irgendwie, weiß ich nicht, mag ich den sehr gerne, obwohl ich den nicht besonders gut kenne. Und dann waren wir unten und dann haben wir die, seine Performance mussten wir irgendwie voraufzeichnen. Das ging jetzt nicht sofort dann in der Show, sondern wir mussten es irgendwie nachmittags machen und dann hatten wir also mehrere Durchläufe. Und er hat das also immer irgendwie so gemacht, wie er jeden Auftritt macht, vermutlich seit 40 Jahren. Und er hat dann da so rumgeudot und dann waren wir fertig und dann sagte er, nö, im Prinzip wäre er zufrieden. Und dann ist er so von einem Bein aufs andere so getänzelt, aber so ganz leicht nur. So ist das so ein bisschen so, wie man das so von Udo Lindbergh kennt, so hin und her gehüpft von einem Bein aufs andere und sagte, er würde gerne noch einen Durchlauf machen und dann von diesem Trick, den er gerade hier gezeigt hat, noch ein bisschen mehr reinpacken. Wir machen ein bisschen mehr von dem Trick hier, ne? Ich will auf jeden Fall auch die Regieanweisung, wenn der Lindbergh da die Passion inszeniert. Da wäre ich aber drei Tage vorher da. Das könnte eigentlich für RTL eine gute Entscheidung sein, das praktisch auch als Reality-Format dazu zu verkaufen. Dass du im Grunde auch noch das Making-of siehst, wie die sich da zerstreiten. Das war doch das Making-of-fassige Zeug. Ja, stimmt. Der Panikpant hat alle Systeme hochgefahren. Aber das finde ich eine gute Idee, um das zu retten, die Passion zu retten. Ich habe ein Problem mit einem gemeinsamen Freund von uns, mit Joko Winterscheid. Ja, mit dem habe ich auch mehrere Probleme. Wo fangen wir an? Ja, neuerdings hat er, er hat sich was überlegt, womit er mich in den Wahnsinn treiben kann. Und dabei bleibt er jetzt. Er weiß, dass es eine Sache gibt, die mich wirklich total nervt. Und das ist, wenn Leute die ganze Zeit versuchen, im Berliner Dialekt zu sprechen, aber es überhaupt nicht beherrschen. Und das habe ich mal so in einem unbewussten Moment gesagt. Und seitdem klingen Sprachnachrichten von Joko. Und jeden Satz, den er an mich richtet, ungefähr so. Komm, du kannst mal abspielen. Ich habe eine vom Handy dabei. Jakob, ich bin es. Joko, ich wollte dir nur ganz kurz sagen, warte, dass ich in Berlin bin die nächsten Tage. Und ich würde dir gerne sehen, zum Essen. Ich würde dir so ja einladen. Äh, sag mir doch mal, ob das passt. Also, ich bin da Mittwoch bis, äh... Wir waren jetzt zusammen im Urlaub und da ging es morgens schon los. Juten Morgen, Jakob. Und das ist aber alles auch so falsch. Und wie viele, die Berliner Dialekt nachmachen, denken die Menschen dann, man muss immer ein Wah dranhängen. Soll ich dir nur was vom Buffet mitbringen? Wah? Also, ich kann es gar nicht so beschissen nachmachen. Aber das verfolgt mich in meinen Träumen. Und ich weiß nicht, ich meine, du hast die meiste Erfahrung im Umgang mit Joko. Wie kann man ihm das austreiben? Was kann man dagegen tun? Kann man nicht. Kann man einfach nicht. Man muss einfach hoffen, dass das in zehn Jahren nicht mehr witzig findet. Ja, aber das passiert auch nicht. Das ist jetzt einfach da und es bleibt. Also, es gibt keine Möglichkeit. Es ist dasselbe wie mit diesem, zum Beispiel, dass er immer, also es gibt zwei Sachen, die mich wahnsinnig nerven, dass er immer so laut schreit. Immer so von jetzt auf gleich, also so, manchmal will er einen Witz machen oder so und dann schreit er so ganz laut dabei, sodass man sich so kurz erschreckt und dass man das Gefühl hat, boah, das ist jetzt auch gar nicht gut für den Witz. Also, es hilft dem Witz jetzt gar nicht, dass er so wahnsinnig laut schreit. Man hat nur das Gefühl, jemand überschreitet die zulässige Lautstärke hier so, dass wir uns alle wohlfühlen. Und dann schreit er so ganz laut, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass er mit allen Gegenständen immer so tut, als wären das Telefone. Das hat man auch immer, es gibt so bestimmte Runden, in denen man manchmal ist, in denen das nicht angebracht ist. Also, man kann das in der Sendung machen, von mir aus oder so. Aber es gibt ja manchmal so, ich sag mal so, Verhandlungssituationen oder eher ernstere Situationen. Und dann klingelt irgendwo ein Telefon und er nimmt irgendwie den Pfefferstreuer und sagt, hallo, wer ist da? Und das ist wirklich so ein Moment, wo danach auch keiner lacht, alle so gucken. Und das macht er natürlich nicht, weil er das selber witzig findet, sondern weil er weiß, dass mich das verrückt macht. Und das macht er seit zehn Jahren. Aber kannst du das nochmal ganz kurz abspielen? Ja. Nur kurz anspielen? Jakob, ich bin es. Joko, ich wollte dir nur... Also, mein Vorschlag wäre, nächstes Jahr, die Passion ist eher der Barabas. Das ist so dieser, der so irgendwie zehnfache Vergewaltiger und so ein riesen Arschloch und wo die Menge dann lieber will, dass der freigelassen wird als Jesus. Genau. Und der Semmelrocke, man hatte ihn ja nicht gehört, weil er kein Mikrofon gekriegt hat. Aber der hat genau die Kremassen zu der Stimme gemacht. Ah, das stimmt, ja. Ja, das ist doch ein guter Vorschlag. Was ich eigentlich versuchen werde, aber ist, Klaas, ich werde ihn auf dich umruten. Ich sage, dass dich das richtig sauer macht, wenn man das mit so einem Akzent spricht, dass ich da gar nicht so böse bin, aber dass du mir gesagt hast, dass dich das richtig irre macht. Und dann ist das auf dich übertragen. Das klappt aber alles nicht, weil du kannst uns auch nicht aufeinander hetzen. Das geht gar nicht. Also, weil Joko und ich sind tatsächlich nicht gegeneinander auszuspielen. Ja, das stimmt. Wir haben so unsere kleinen Momente manchmal, aber wenn einer von außen probiert, uns irgendwie so zu instrumentalisieren, auch noch gegeneinander oder so, das geht immer nach hinten los. Also, ich sage dir, wer das Opfer sein wird in diesem Dreieck. Und du willst uns nicht beide zum Feind haben. Nee, und außerdem, das zeugt auch davon, dass du anscheinend, obwohl ihr in Urlaub fahrt und gute Freunde seid, du weißt nichts über Joko. Weil der freut sich einfach, dass noch jemand Spaß mit seinem Dialekt hat. Und dann denkt er, ach, das ist nicht nur Jakob. Jetzt sind es schon zwei. Und weiter geht's. Genau, das könnte passieren. Ja. Schöne Grüße. Ja. Und außerdem, dein Saarländisch war jetzt auch nicht so viel geiler, ne? Ja, das stimmt. Weißt du noch, wie man einen Flechkäs wegbestellt? Samuel, äh, 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 Samuel, äh, esse mal drei Flechkäs weg und ein Stupi. Jo. Ja, okay. Ja. Ich habe mich selbst erledigt, soeben. Bist du eigentlich, äh, Jakob? Ja. Bist du eigentlich Buffett-Typ? Nee. Ich war früher, also darf ich das kurz wirklich beantworten, die Frage? Ja, das ist auch eine ernst gemeinte Frage. Ich habe mir da gestern Gedanken drüber gemacht, ob du wohl Buffett-Typ bist. Und zwar, ich war früher Buffett-Typ und habe mich darüber gefreut, dass man da selber die Sachen auswählt und ich hatte ein ganz kompliziertes System entwickelt über die Jahrzehnte, wie man Sachen gut stapelt, dass es noch nicht gierig aussieht und aber trotzdem besonders viel auf dem Teller ist und dass man nicht so dummes auf die Sachen vom Buffett reinfällt, die gar nicht so wertvoll sind, sondern nur sättigen sollen. Stichwort Gerichte mit viel Reis und Kartoffeln. Da hatte ich ein ausklügeltes System. Ich war im Leben und war damit zufrieden und ich hatte auch ein gutes Zeitgefühl, wann man, nachdem man das erste Mal beim Buffett war, ein zweites Mal gehen kann, ohne auch wiederum von anderen Hotelgästen als gierig empfunden zu werden. Und wie man teilweise Leute, mit denen man im Urlaub ist, dazu anstiftet, für einen selber nochmal zu gehen. So, da war ich, ich habe gedacht, ich bin ein gemachter Mann. Und dann habe ich auch festgestellt, ich hasse Buffett, jetzt in diesem, ich hasse jetzt inzwischen Buffett, weil ich habe keine Lust, die Arbeit von dem Restaurant oder dem Hotel für die zu machen. Ich will das gar nicht selber holen. Ich zahle ja Geld im Restaurant. Ich will, dass die das machen. Genau, genau den Gedanken hatte ich nämlich gestern Abend, dass man nämlich sich, ich habe mich erwischt, wie ich das selbe Gefühl habe, wie als alle es so super fanden, dass man sich irgendwann seine Bahnfahrkarte selber an so einem Automaten ausdrucken kann und da 700 Fragen beantworten muss, bis man dann irgendwann mal vielleicht die Karte kriegt, die man gerne hätte und so und das hat mich schon damals genervt. Man muss mittlerweile alles alleine machen, Reisebüros gibt es auch nicht mehr. Man muss alles immer überall alleine machen und ist irgendwie das Postamt für jeden und so ist es da nämlich auch. Genau, und ich habe auch gedacht, warum soll ich denn jetzt hier dahin gehen und mir das alles holen? Das ist doch Quatsch. Ihr müsst das da bloß irgendwie hinstellen und ich soll das dann alles selber mir heranholen. Das ist doch Quatsch. Das Schöne ist doch, dass ich hier sitze und das Prinzip ist doch, dass man also nicht da aufstehen muss und sich das holen muss. Und das meine ich auch nicht überheblich oder so, sondern so ist es doch in einem Restaurant. Das Schöne an einem Restaurantbesuch ist doch, dass man selber damit keine Arbeit hat. Man kann sich ganz auf seine Freunde konzentrieren, auf gute Gespräche und immer wieder kommt dann was. Das ist auch der einzige Punkt im Leben, wo ich nah an dich ranreiche, Jakob, wo ich mir denke, Mensch, jetzt bist du aber ganz schön lund, aber ich habe keinen Bock mehr in Kneipen zu gehen, wo man an die Bar wackeln muss und sich da was bestellt. Man will in die Bar gehen, sich da in die Kneipe gehen, an den Tisch setzen, am besten irgendwo an der Straße, die Leute beim Flanieren so zusehen und dann kommt jemand an den Tisch und fragt, was man trinken will. Und da habe ich kein Verständnis mehr für. Diese ganzen Punkabars, wo du noch angebrüllt wirst, da musst du da, also wirklich, ich rede nicht von Clubs, da ist es völlig klar, aber wo man, wenn man das, was zeichnet das dann noch aus? Also deswegen gibt es ja auch eigentlich die absurde Kultur, dass Leute dann irgendwann angefangen, mittlerweile empfinden wir es als normal, direkt am Tresen zu sitzen. Ja, also das ist ja eigentlich nur eine Stufe weiter weg, als praktisch direkt unterm Zapf Haaren zu sitzen. Ja, die können auch einfach sagen, hier habt ihr einen Stuhl, da drüben ist ein Rewe, da könnt ihr irgendwie euch ein Bier kaufen gehen, dann könnt ihr euch mal für eine Viertelstunde auf den Stuhl setzen. Kostet 5,80 Mark. Ja, genau. Und deswegen ist es eigentlich lustig, dass sich irgendwann das so weiterentwickelt hat, dass die Leute praktisch direkt schon, weil sie gemerkt haben, es bringt gar nichts, dass ich immer hin und her laufe, also bleibe ich jetzt einfach hier am Tresen, damit ich schneller noch mehr Bier kriege und irgendwann hat sich daraus ergeben, dass das eine ganz normale Sitzgelegenheit wurde, so stelle ich es mir vor. Ich kriege jetzt tausend, wir kriegen tausend Zuschriften, dass man ja auch mal das Personal und dies und das und es kann sich nicht jeder Laden leisten und so, dann, ich weiß das, aber es ist, ich denke mir, da muss man halt auch nicht so einen Laden aufmachen. Oder du gehst da einfach nicht hin, das ist ja auch eine Achtung, da ist es auch für Leute, die das gerne machen, gibt es das und für andere Leute gibt es das. Richtig, genau. Ey, weißt du noch, ey, Schmitty, bei unserem Geburtstag, den wir mal gefeiert haben, ne, das, wo du gerade sagst, Punker war, ne, das war auch, das war irgend so ein Schrottladen, den haben wir gemietet, alles, war alles nicht legal und dann irgendwie war da, hat, irgendwie hat einer Feuer gemacht in so einem Raum und so, das war bestimmt nicht angemeldet, nehme ich mal an. Und das waren alles wirklich so Punks, die man sich so vorstellt, also wie ich mir als Achtjähriger Punks vorgestellt habe, so sahen die da aus, die hatten richtig eine Sicherheitsnadel im Ohr. Wie Sascha Lobo. Genau, aber die hatten so eine Sicherheitsnadel im Ohr, die hatten so drei, vier Hunde, die hatten so abgerissene T-Shirts, wo man so an der Seite reingucken kann, ne, so wie Punks eben aussahen, wie wenn man sich in der Schule als Kind, als Grundschüler als Punk verkleidet hat, zum Karneval, so sahen die aus. Und die haben dann auch so einen richtig lockeren Lifestyle und so vorgelebt und wir haben dann da irgendwie den Geld gegeben, haben gesagt, können wir hier feiern, jawohl. Und dann ist diese Geburtstagsparty, du wirst dich daran erinnern, Schmidi, die ist völlig außer, aus dem Ruder gelaufen. Ich bin irgendwann in diesem Innenhof mit so einer Arp herumgefahren, kann ich mich noch erinnern, bis sie umgefallen ist und überall war Feuer. Eine Tortenschlacht, ja. Eine Tortenschlacht gab es noch und dann war mein Zahnarzt so besoffen, dass wir dachten, wir müssen einen Arzt rufen. Das war ja der Geburtstag, den haben wir ja auch mit Colleen Fernandes gefeiert. Genau, die war auch noch mit dabei, die war praktisch auch noch mit in dem, die habe ich aber dann nicht mehr gesehen, also man hat sich nicht mehr gesehen, weil zu viele Leute kamen, weil es ging irgendwann so das Gerücht um, dass das eine andere Party wird und es hätte irgendwas mit den MTV Music Awards, ist auch egal. Auf jeden Fall, es standen dann irgendwann so Prominente, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, standen vor mir und dann habe ich denen so Getränkemarken gegeben und so, die ich noch so hatte und es war also, es war ein einziges Durcheinander und irgendwann, das war so lustig, kam man nicht mehr zum Klo, man musste so Stage Diven, damit man wieder aus dem Raum, wo die Tanzfläche war, musste man Stage Diven, weil man anders nicht mehr rauskam, das war also brandschutzmäßig nicht ideal und dann stand irgendwann so ein Punk vor mir und habe ich gemerkt, wie der Deutsche in ihm durchkommt, also wie das bisschen, ja System, was ihm dann noch verblieben ist in all seiner Anarchie, das kam dann vor mir zum Vorschein, der war richtig sauer auf mich und hat gesagt, hier sind zu viele Leute, das geht so nicht, hat der Typ zu mir gesagt, das geht so nicht. Mit der Ratte auf der Schulter. Mit der Ratte auf der Schulter, das geht so nicht, hat gesagt, was geht so nicht, hat gesagt, wir haben auch gar keine Getränke mehr, die haben die Kästen Bier, haben die durch die Fenster reingemacht, habe ich gesagt, ja, wo denn sonst, durch die Tür kommt man ja nicht mehr rein, ist doch klar, ne, und dann haben die so die Kästen Bier so an so Seile haben die dran gefunden und haben die so damit irgendwie der Nachschub gesichert war und so und dann hat dieser Typ zu mir gesagt, das würde so nicht gehen, ich war, also der war kurz davor, zum Ordnungsamt zu laufen und zu sagen, schicken sie zwei Leute. Ja, das waren die Zeiten, ne? Ja, irre. Ich habe ja letzte Woche kurz mich über Fußballfans und Faninnen geäußert. Hast du ja Feedback gekriegt? Da habe ich viel Feedback bekommen, positiv und negatives und ich muss nochmal sagen, weil ich hier eine sehr lustige Nachricht auch bekomme, die ich unbedingt vorlesen möchte, dass es mir natürlich nicht darum ging, dass ich sage, Was hast du denn gesagt? Genau, das will ich hier zusammenfassen. Mir ging es darum zu sagen, ich finde Fans toll, ich finde Stimmung im Stadion toll. Hast du nicht gesagt? Doch, ich habe ganz konkret erzählt, dass es... Du hast gesagt, der VIP-Raum wäre toll und dass es das Bier umsonst gibt bei der Hertha. Das hast du so zugespitzt, aber ich habe gesagt, dass ich, ich habe erzählt, dass ich Fans gesehen habe, die gegen einen Zaun gepisst haben, der sehr großmaschig war, sodass man ihre Glieder hat sehen können und die mich mit dem Satz begrüßt haben, leck meinen Schwanz. Und daraufhin habe ich gesagt, Mensch, eigentlich doch schade, dass der Fußball so einen Ort bietet, für Leute komplett auf alles, was benehmen ist, zu verzichten. Und da mache ich genau sowas mit und nicht damit für Stimmung zu sorgen, Transparente zu haben und irgendwie all das zu machen, was den Fußball auch als Erlebnis im Stadion schön macht. Das war ganz klar. Und da hat mir jemand nochmal ein Erlebnis eingeschickt, was durchaus auch in diesen Canon gut passt. Und da muss ich sehr drüber lachen. Und zwar war jemand im Stadion, nämlich Janik, der hat mir das geschrieben. Und er sagte, also es ging schon auf der Haupttribüne los, dass da Menschen sich aus demselben Fanlager die Nasen blutig geprügelt haben, dann rausgeflogen sind. Und nach demselben Spiel, dachten sie schon, das wäre das High- bzw. Lowlight gewesen, sind sie in die S-Bahn gestiegen und da ist ihnen ein Pärchen, ein ganz liebreizendes, aufgefallen, wo der Mann angefangen hat, Fans des gleichen Lagers anzuspucken. Und dann die Frau von dem Mann beim Versuch, den Mann davon abzuhalten, weitere Fans ins Gesicht zu spucken, hat sie sich eingepisst. Und das klingt wie ausgedacht, aber es ist ihm gelungen, Janik, ein Bild von der Frau mit der eingepissten Jeans zu machen. Das zeige ich euch mal, vielleicht würde ich das auch posten. Das kannst du nicht posten. Das kann man nicht posten, aber man sieht ja das Gesicht nicht. Aber gut, die Frau hat sich praktisch so angestrengt, den Mann davon abzuhalten, andere Fans ins Gesicht zu spucken, dass sie vor Aufregung eingepisst hat. Und ich glaube, dass diese kleine fast Fabel oder diese kleine Metapher fast ganz gut zusammen, was glaube ich zum Fußball gehört, ist Fan sein und singen und Stimmung sorgen und auch mal die Wut rauslassen und schimpfen und analysieren. Aber einpissen und Leute ins Gesicht spucken, vielleicht nicht. Und darum ging es mir in den letzten Worten. Die Moral der Geschichte ist, wenn, weißt du, dass wenn jetzt der eigene Mann anfängt, da Leuten ins Gesicht zu spucken, denn man muss wissen, wann ist die Situation so, dass man sie nicht mehr besser hinkriegt und man sich besser verpisst. Das ist so ein bisschen die Aussage dahinter, dass man einfach weiß, wann muss man umdrehen und gehen so. Und anders kann man das ja symbolisch, zum Beispiel nonverbal, den Umstehenden nicht noch, wenn man denen noch einen Tipp mit auf den Weg gehen will, man weiß es und man kann es nicht jedem Einzelnen erklären, muss man ein völlig eindeutiges Signal senden. Das heißt, bitte in solchen Situationen einfach verpissen. Auch bitte auf die Liste für die Passion nächstes Jahr. Als kleines Highlight. Als grande Finale. Wenn Jesus stürzt. Der Moment, wo Jesus stürzt. Einfach um abzulenken. Als wütende Reaktion auf Judas. Ja, das ist gut. Jetzt auch mit Publikumsbeteiligung. Oh Gott, ey. Da können die auf jeden Fall ihre Müllsäcke schon mal von Anfang an über die Kameras machen. Schmitty, jetzt ist so ein Moment, wo wir was ankündigen können, was wir nächste Woche auch gerne wieder vergessen können. Kapitel Realities, oder? Exakt. Ich habe beide Folgen gesehen. Ich auch. Ich möchte dich bitten, dass wir jetzt, vielleicht die Zeit auch schon knapp wird, wir uns die 38 Euro teilen. Ja. 37, 37. Wir wollen hier nicht hoch machen. Dann gehen wir Euro trinken. Ist RTL 2 nicht billiger? Nee, in dem Moment. Deswegen, wir müssen erstmal sehen, ob sich RTL 2, weil mittlerweile sind wir ja dazu übergegangen, dass die Sender selber bezahlen. Stimmt. Ja, du hast recht. Und die müssen mit Bargeld bezahlen. Das heißt, wenn RTL 2 bis nächste Woche 37 Euro schickt. Hat jetzt eine Woche Zeit? Die haben eine Woche Zeit, Bargeld in einem Briefumschlag zu uns zu schicken. Mit einem Autogramm von Gundes Zambo. Nee, das geht nicht. Doch, ich möchte so ein Autogramm von Gundes Zambo. Die hat doch früher das mit diesem Tierchen da moderiert. Das habe ich so gerne geguckt. Bim Bambino oder so. Ja, aber wir wollen es doch jetzt nicht dran scheitern lassen, dass sie die 40 Euro schicken. Das ist recht. Und dann kommen sie nicht an das. Ohne Autogramm, ausdrücklich ohne Autogramm von Gundes Zambo. Ich möchte also diese 37 Euro in Bar geschickt bekommen und einen Battlebrief von einem RTL 2 mitarbeite und dann denke ich drüber nach. Okay. Und dann können wir nämlich darüber reden, über diese zwei fantastischen Folgen, die wirklich, und das wäre ein bisschen die Überschrift, und ich weiß, da sind wir uns einig, die Unschuld wieder zurückbringen ins Reality-Fernsehen. Die guten Eid-Probleme sind zurück. Kampf der Reality-Stars ist das beste Format gerade auf dem Markt, was das angeht. Auch wenn diese Staffel, muss ich sagen, etwas schwächer anfängt, weil manche Ideen, können wir dann auch drüber reden, zünden nicht so. Und da haben sie es so ein bisschen, es ist zu salopp. Stichwort, die Iris da mit ihrem, also die Idee ist halt kompletter Müll. Aber die Sanduhr, die hat mich voll und ganz überzeugt. Sanduhr ist super und es ist aber wirklich die Kreativrand. Also das ist schon mehr als eine Inhaltsangabe hier. Das könnt ihr nächste Woche machen, wenn bezahlt ist. Tut mir leid, ich muss das jetzt hier unterbinden. Vielleicht war das jetzt aber auch ein Hinweis für RTL 2, in welche Richtung uns die Kritik geht. Gerne noch zwei Nullen rangehen. Können uns auch nochmal 40 Euro schicken. Ja, genau. So, also, jetzt werdet nicht verrückter, wir haben da klare Preise. Und da muss man jetzt eben sehen, ob da mitgespielt wird oder ob das als egal angesehen wird. Naja, egal. So, ansonsten wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass es immer mal wieder, du hattest das vor kurzem nochmal, jetzt habe ich mal wegen verschiedener anderer Menschen nochmal wieder die Hinweise bekommen, dass wir vielleicht nochmal darauf hinweisen können. Und man kann es nicht oft genug sagen und immer mal wieder auf Wiedervorlage möchte ich es hier oder wo auch immer besprechen. Wenn ihr da draußen noch nicht typisiert seid, das klingt jetzt erstmal komisch, bei der DKMS, bei der Deutschen Knochenmarkspende, dann macht das bitte. Da geht es darum, dass ihr eventuell der richtige Spender seid für jemanden und Knochenmark spenden könntet, für jemanden, der dringend darauf wartet und an Leukämie erkrankt ist und dann wieder gesucht wird. Also es gibt immer wieder Leute, die also länger schon Leukämie haben oder jetzt gerade erst erkrankt sind und dann wird in der großen Datenbank geschaut, gibt es irgendwo auf der Welt oder in Deutschland jemanden, der Knochenmark spenden könnte, weil das zusammenpasst. Und dafür müssen sich möglichst viele verschiedene Leute typisieren lassen. Ich habe das gemacht, wir haben das, glaube ich, alle gemacht, Jakob und Thomas, ihr auch. Und das kann man auch ohne Anlass einfach mal so machen. Also DKMS, deutsche Knochenmarkspende, bitte lasst euch typisieren. Dann müsst ihr einfach nur so, das ist so ganz einfach, da kriegt ihr so ein Set nach Hause, müsst eure Speichel da einmal irgendwie reingeben, dreht das Röhrchen zu, schickt das wieder zurück und dann ist das erledigt. Und ihr werdet erst dann angesprochen oder angeschrieben, wenn es in Betracht kommt und könnt euch dann immer noch entscheiden, macht das oder macht das nicht mit der Knochenmarkspende. Das ist aber alles problemlos und gar nicht so wild. Nur für denjenigen, der keine Knochenmarkspende, keine passende findet, für den kann es mitunter tödlich enden. Und insofern ist das eine tolle Sache, was man gerne mal machen kann. Und das kann man nicht oft genug sagen, dass ihr das mal machen könnt. Und da kann ich auch nur bestätigen, ich wurde angeschrieben von alten Schulfreunden, mit denen ich auf dem Gymnasium war früher, dass von denen eine Bekannte an Leukämie erkrankt ist und die haben auch so eine Internetseite, Melanie darf nicht sterben. Das ist eine junge Mutter gewesen. Und daraufhin habe ich das auch bei Facebook gepostet, dass man sich da, dass man spenden oder sich registrieren soll. Und ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, dass das irgendwie der Post war oder es haben dann auch viele Leute mitgemacht und mitgepostet und retweetet und, und, und. Fakt ist aber, dass tatsächlich ein Spender gefunden wurde und auf einmal wieder da eine Zukunft da ist, die kurze Zeit nicht mehr vorhanden war für Melanie. Und ich glaube, also einfacher wirklich als in Röhrchen zu spucken und damit jemandem die Chance, wirklich auf ein Leben zu geben, geht es ja gar nicht. Ja, also guckt euch das doch mal an DKMS. Das ist weder ein Auftrag, den wir von der DKMS bekommen haben, noch gibt es sonst irgendeine Verbindung, die wir dahin hätten. Also jetzt keine aktuelle. Ich glaube, ich habe das mal auch für die offizieller mal gemacht vor einigen Jahren. Würde ich auch jederzeit wieder machen. In dem Fall ist es mir jetzt einfach eingefallen, weil ich das so gut und so einfach finde und macht doch mit. Wieso denn nicht? Übrigens, wenn ihr keinen Organspendeausweis habt, könntet ihr den ja auch gleich noch ausfüllen in euer Portemonnaie tun. Aber das können wir ja mal an einem anderen Zeitpunkt besprechen, weil da gibt es auch noch ein paar interessante Fakten zu. Aber das machen wir dann. Ansonsten, ich muss jetzt wieder, also gleich auf der Hauptbühne spielen gleich, spielen gleich Nupagadi. Ich muss jetzt wieder zurück. Meint ihr, die Kölner Comedy-Szene gibt es nächste Woche noch? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Also die sehen wie die Lemmingen. Naja, aber warum? Also gut, man versteht das gar nicht. Also man versteht nicht so richtig, was das jetzt sollte. Das ist immer, ich finde, dieses ganze, als ein Gedanke dazu, dieses ganze Instagram und so, das lässt sehr tiefe Einblicke zu. Und es gibt Menschen, die sind gut beraten, wenn man die so ein bisschen näher kennenlernt und das geht auch ganz gut über Instagram. Und dann gibt es andere Menschen, da hätte man sich gewünscht, die hätte man doch gar nicht so nah kennengelernt. Und da gibt es ein altes Sprichwort, hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben. Und das kann man ganz gut auf das Thema Comedy umwandeln. Aber manchmal haben wir auch das Gefühl, da wurde irgendjemand der Urlaub einfach nicht genehmigt und hat gesagt, ich hole mir jetzt trotzdem ein bisschen Freizeit. Anders ist das ja bald nicht mehr zu erklären. Na gut, ansonsten ein dreifaches Alarm in die Rheinmetropole. An alle Großmeister der Comedy-Liebe grüßen. Wir verabscheuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ihr Jochen Busse. Können wir wenigstens die Tradition aufrechterhalten, dass wir mit den Worten schließen, die da heißen. Alles Gute, alles Liebe. Ah, nein! Baywatch Berlin Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt. und so weiter geht's. Überraschung ist eine Studio-Bummens-Projekt.